Yo! Freunde, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Taiko und Roman haben alles von mir in den Schatten gestellt für McDonalds Roulette und haben einfach hier bei McDonalds hinter uns 1000 Cheeseburger bestellt. Was ist los bei euch Jungs? Wir haben Hunger! Lass mal 1000 Cheeseburger sparen, ich hab Hunger, Freunde. Leute, hätten gerne einmal 1000 Cheeseburger bitte. Und zwar machen wir jetzt mit einigen von den Cheeseburger noch eine Challenge bei ihnen daheim, aber erst schauen wir uns die mal an, oder? Zeigt mal, was ihr bestellt habt. Also es ist ja noch nicht fertig, ich glaube, es wurden erst ein paar hundert irgendwie gemacht, aber wir können uns doch schon mal angucken, was auch so geht. Aber einfach 1000 Cheeseburger, was? Hä? Warum? Ey, wie viele Typen sind das jetzt schon? Und das ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Wer kriegt bitte, wenn er bei McDonalds bestellt, einfach einen Karton? Um das rauszutragen, einen Karton. Das ist ein Happy Meal sozusagen. Das ist ein Happy Meal-Karton. Das ist so verrückt, man. Das ist selbst für mich als McDonalds Roulette King beeindruckend, man. So, Freunde. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach noch noch ein bisschen auf die Bestellung, bis sie fertig ist und ich schaue mir, wie immer mal, einfach den Kinderspielplatz da draußen an. Sieht interessant aus. Ich walk hier einfach mal rein wieder. Freunde, jetzt wird gerutscht, Mann. Jetzt wird gerutscht. Ja! Krass, ne? Freunde! Ich hab mir jetzt noch gerade mal schnell Roman geschnappt. Ja, was ist denn los? Sag mal irgendein Megas-Produkt, was es gibt. Irgendeins. Äh, Apfeltaschen. Apfeltaschen. Okay, und sag mal zwischen eins und zehn. Äh, vier. Alles klar, danke. Mehr brauche ich nicht. Tschüss! Jetzt wird ein tausend Burger. Freunde, wir gehen jetzt in der Zeit, wo die gemacht werden. Einfach schnell vier Apfeltaschen bestellen. In McDrive. Boah, sieht das geil aus mit der Sonne, Freunde. Ach du Scheiße! Nein, jetzt ist sie weg. So, McDrive geht los. So, guten Abend. Herr, überstellen bitte. Hallo. Äh, ich hätte gern vier Apfeltaschen bitte. Okay, einen Moment. Ich guck, was wir haben jetzt. Ja, alles klar. Okay, wir haben zwei. So, das ist okay? Okay, dann nehm ich nur zwei. Nur die zwei? Dann nehm ich zwei. Schauen Sie etwas anderes Eis? Ja, dann geben Sie mir zwei Eis einfach. Zwei Eis mit Schokosauce? Ja. Was zur Hölle? Wir gucken mal, was da ist. Wie auf so nem Bazar. Das Gute ist ja, ich hab ja einfach noch Romans Macbook hier. Ich hätte einfach mal fragen sollen, ob ich damit bestellen kann. Weil das ist ja, passt auf Freunde, ein Macbook. Super, danke. Hi. Hi, alles klar. Und jetzt fahr ich Jeremy um. Jetzt fahr ich dich um. Hä, ganz gut, oder? Hä? In einem Zug? Locker gut. Helft mal, schieft du dich. In einem Zug. Hör auf das zu zeigen! Hör auf damit! Hör auf das zu zeigen! Hör auf das zu zeigen! Oh, Freunde! Der Lift ist geil! Tschüss. Alter, was geht ab? Ach was? Geht kaputt? Scheiße, ein Problem. Scheiße. Also, Entschuldigung. Wir brauchen noch ein bisschen Platz. Hier ist eine Bombe. Cheeseburger Bombe. Alter, steht da. Bitte. Da tun wir jetzt alle Tüten rein und laufen so durch die Stadt. Will sich jemand reinsetzen von euch und ich schiebe ihn? Vielleicht was witzig ist. Der Cheeseburger Express hier übrigens. Alter, Alter. Wie schade das Auto ist. Danke schön. Bis bald. Ciao, ciao. Cheeseburger für alle. Kostetlos. Der Bock. Voila. So, Freunde. Wir sind jetzt tatsächlich alle Cheeseburger los geworden. Bis auf die paar noch. Und... Jetzt drehen wir damit noch die Challenge schnell, auf die ihr eigentlich gewartet habt. Und dann sehen wir uns gleich bei Heiko und Roman daheim. Jo, Freunde. Wir sind jetzt hier und haben hier noch zwei Tüten übrig. Wir werden jetzt einfach ganz stupide einfach Cheeseburger Wettessen machen. Jeder einen. Und ich würd sagen, jeder einen. Ich hab da keinen Hunger mehr. Ich hab gerade alles gegessen, Dicker. Die sind anderthalb Stunden alt, Freunde. Die sind mittlerweile echt schon ein bisschen alt. Aber schmecken wahrscheinlich immer noch gut. Ja, was machen? Warte, ich würd sagen... Also, wir machen jetzt einmal Wettessen. Wir machen Wettessen. Und wir strafen am Ende. Auf die Plätze. Fertig. Los. Fertig. 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 Alter, das gar nicht. Heiko, bist du schon fertig? Wir sind da. 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 Eine Hälfte ab. Ja. Boah. Chris kommt nach vorne. Alter, was habt ihr vor? Digga. Ich weiß nicht. Eins. Zwei. Drei. Chris, guck mal nach links. Uuuuuhu. Wie geht, Alter? So, Freunde. Das war ein anderes Video. Mal so ganz schnell. Roulette. Spontan. Checkt das Hauptvideo ab. Mit tausend Cheeseburgern von der Maurice. Unten wie immer verlinkt. Kannst du jetzt hier so ein Zottel schienen? Mhm. Dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar Cheeseburger. Schönen Abend. Tschau. Wir gönnen es jetzt noch. Wir haben Hunger. Tschüss.